Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit Kleiner 3 und so weiter halt. Mit den üblichen Vollmongos. Stell dir gleich nochmal vor. Ja, wow, das war echt geil. Fertig mit der Vorstellung. Also das Wort Vollmongo verbiete ich mir im Zusammenhang mit meiner Vorstellung. Bisschen Vollmongo. Ja, Vollmongo. Also wenn, dann schon Vollhorst oder oder was weiß ich, ne? Vollmongos. Vollmongos. Kostenkönig. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt in verschiedene Channels, oder? Oh ja, so. Ja, das ist mir richtig gut an. Bye, Bitches. So, rüberziehen. So, Alex, heute sind wir mal ein zweiter. Wie letztes Mal also. Ja, wenn du XP farmen willst, unter meiner Insel ist... Nee, unter meiner Insel ist genügend shit. Ich werde jetzt wie schon gesagt, A, nether farmen gehen wie ein Blüter. Ich brauche netherrack en masse. Ja, mach das. Weil ich den Turm endlich fertig machen will und ein Dach auf meinem Turm zu holen. Ach, willst du den Turm aus, ähm, aus, 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 was willst du den Turm machen? Netherstone. Wieso gehst du nicht an die Festung suchen? Nein, ich kann ja netherrack, netherziegel umbrennen. Fertig. Netherrackingballs. Okay. Ist es gerade bei dir was explodiert oder war das irgendwo anders? Äh, bei mir ist auch was explodiert, aber das solltest du eigentlich nicht hören. War das ein Creeper oder war das ein T? Ein Creeper. Ah, gut. Wieso höre ich das? Ah, weil ich bei Nils gerade bin. Achso. Bei Nils ehemaligem Haus, ich muss Erde mitnehmen, Erde nach oben tragen. Im ehemaligem Haus, das noch stehen bleiben muss, aber die Erde nicht mehr. Nee, die Erde hatte kein Recht auf Leben. Jan, ich hab sein Pferd nicht killed. Ich weiß es auch nicht. Ach, Nico. Ja, wenn es nicht, wenn es weg ist, dann wird es wohl tot sein, oder? Ah. Oh, ein Zombie und ah. Ich habe jetzt aus dem Minecraft neu installiert. Heißt, wenn es immer noch abschmieren würde, dann scheiße ich offiziell auf Minecraft. Sag mal, du hast was gemacht? Oh, komm zu New Young. Hm? Du hast was gemacht? Oh, je, 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 drei Skelette. Minecraft komplett neu installiert. Okay. Alter, ich bin gerade unter meinem Wasser-Dings da, ne? Unter meiner Wasser-Hoch-G-Dings-Boomst-Teile da. Du weißt, was ich meine. Und drei Skelette haben mich verfolgt. Und zum Glück haben sie nicht geschossen. Oh, der Deus-Zombie. What? Achso. Acker-Villager-Zombie. Ja, ich habe es eben verstanden. Boah. Du bist müde. Nee, ich musste nur gähnen. Also bist du müde. Das hat nichts mit. Gähnen ist die Art deines Körpers, dir zu sagen, ich brauche Schlaf. Bitch. Ja. Du hast, du hast das Bitch vergessen. Wir machen jetzt meine Rüstung fertig. Hui. So, dann habe ich jetzt wieder eine Eisenrüstung komplett. Bullshit. Bullshit. Meine Tierrüstung bleibt vorerst mal für diesen Part jetzt komplett. In der Chaste. Oh ja, ich muss meine auch rein machen. Meine hat mega den Damage. Nicht nur deswegen. Ah, shit. Ah, da kann ich jetzt gleich endlich mal... Ah. Ah, meine Diamant-Axt. Nee, ich bin nicht dekadent. Nein. Nein. Boah, dann mache ich... Ich mache mir gleich neue... Neue Shorts. Ähm. Die brauchen sieben. Nee, Schuhe brauchen vier. Und der Kopfteil fünf. Achse brauche ich auch nicht im Nether. Gut. Dann mache ich mir das gleich neu. Irgendwo noch Spitzhacken. Lüb dann. Kann ich das hier tragen. Dann haben wir noch schnell den Ender-Chast. Ob ich da noch irgendwo... Ja, Eisen picke. Brrr. Ah, da ist ein Schwert ein bisschen verzauelt. Ach, nehmen wir das hier. Ich fand, das hat sich geil angehört. Hm. Ich finde schon. Das hatte dieses gewisse Etwas. So, dann brauche ich... Guck mich schon, wenn ich irgendwann mal endlich mein Schwert verstärken kann, weil ich habe sauviele Schärfebücher. Sieben und acht. Und ein Schutz- und Effizienzbuch habe ich auch noch. Hui. So. Ich musste mir gerade eine ganz neue Diamant-Rüstung zusammen craften. Ich gehe jetzt in den Nether. Ja. So, dann wollen wir mal sehen, wie viel... Äh, habe ich die Ambosser? Ja, habe ich. Pfff. Knall ich den? Ja, daneben dran. Das läuft, das läuft. Einmal Amboss. Zweimal Amboss. Ich muss sagen, der Nether sieht echt geil aus mit dem Texture-Pack. Ich sehe auch geil aus. So Nether-ich. Ja, das kann ich wenigstens wieder gut machen. Hast du 21 Level? So blutig. Ja, wirklich, weil mein Texture-Pack sieht echt... Äh, der Nether aus, als wäre das einfach nur Blut. Also mit den ganzen roten Blutkörperchen und so weiter. Meine Mutter peilt auch nicht, wenn ich am Aufnehmen bin, ne? Was ist los? Meine Mutti peilt auch nicht, wenn ich am Aufnehmen bin. Ähnlich, nur zu gut. Ja, eben. Hast du dem und dem das schon gesagt? Nein. Oh. Ich habe gerade das Gefühl, ich laufe in der Luft. Boah, krank. Bogen habe ich dabei. Oh, es ist immer so eklart, wenn so viele Zombie-Pigmen in der Nähe sind. Da hast du immer Angst, dass du zufällig beim Farmen von Nether-Rack einen zufällig hittest. Ja, gell? Oh, das ist so schrecklich. Oh, Chicken. Uh. Das Blöde ist, ich habe circa fast alles, was an Quarz irgendwie in der Nähe ist bei uns, am Höllenportal schon abgefarmt. Ja, ich habe es gemerkt. Da auch auch sauviel von dem Scheiß. Hui. Du hast dich etwas zu spät gemutet. Ja, ich habe es gemerkt. Aber es war noch in Ordnung. Uh, ich habe gefunden, ich habe gefunden, Quarz. Ah, ich hatte die Bewutsamkeitsspitzhacke nicht dabei. Die was? Die Bewutsamkeitsspitzhacke zum Quarz abfarm. Ja, willst du die doch schnell holen? Aber warte mal, ich habe die gar nicht, die hast du. Nee, die habe ich auch nicht. Nicht? Ja, dann hat sie die Can noch. Ich farm jetzt einfach ein bisschen. Oh, noch mehr Quarz und ich muss drum rumbrüllen. Ja, ich brauche eigentlich nicht mehr viel Quarz. Oh, gut, dass ich mein komplettes Hühnchen in meiner Enderkiste habe. Ich habe bei mir einfach alles bei mir oben drinnen und in Kisten rumstehen. Ich muss die irgendwann mal eh neu sortieren, weil ich ja auch was baue. Dann werde ich es dann schön sortieren. So alles nach Essen gehört dahin, wo halt Essen ist und Trinken dahin, wo Trinken ist. So, und sobald das hier alles gefüllt ist, was er natürlich jetzt nicht sieht irgendwie. Das ist ein Klartex komplett, der Inventar einfach mit Netherrack zugepflastert ist. Dann gehe ich heim. Ich habe noch eine, ähm... Nein, ich will alles selbst farm. Und alles selbst brennen. Also werde ich einen kompletten Öfenwand mir aufbauen. Oh mein Gott, Mini-Zombie, Mini-Zombie, Mini-Zombie. Weck, 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 weck. Das Problem ist nur, ich habe nur noch eine einzige Eisenpicke nach der hier. Wow, ah, Taste verpeilt. Der Can fragt die ganze Zeit irgendwas. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade Essen runterwerfen, habe aber anstatt auf Q auf W gedrückt. Boah, du Fick-Skelett, ey. Ich mach dich jetzt weg. Äh, wenn ich treffen würde halt. Drecksding, Alter. Nein! Verdammt, ey, schon wieder Tasten verpeilt. Ich habe es gerade irgendwie voll drauf. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Überlebt. Läuft bei dir. Ja, danke. Und dann fällt gerade auf, dass mein Renderdessens irgendwie voll tief ist. Was geht denn ab? Warum das denn? So, schon besser. Okay. Ich war auf sieben Chunks. Das Problem ist, dass Lava eben so schnell fließt wie Wasser in der Hölle. Und da musste echt schnell sein. Vor allem, ich glaube, ich habe mich gerade unter den Lava-Punkt in der Hölle gebuddelt. ok was doof ist ist halt immer praktisch ne ach so deswegen geht sich aber ich bin so blöd weißt du ich warte so war zurück mir so ja kommen gleich bin ich oben und klar mit der decke mit dem schädel gegen die decke ja genau also ich wirklich so und wundere mich wieso ist wie ich so ich halt nicht weiter hochkommen ja das kann passieren ich hasse gast ja wie ich mal gebuddelt was wollte ich machen was ja komm ich bring ich hole mal die restliche erde die restliche erde ich geh wieder hier hoch und geh jetzt heim und hol mir schnell die behutsamkeitspick jetzt habe ich keinen bock mehr die hat die hast aber nicht du die hat jan glaube ich ach so hast du auch noch eine oder wenn es sein musst du dich mal kurz testen du hast doch ein paar oder behutsamkeitspicken hast du nicht ein paar gehabt ich glaube ja ich glaube schon also ich dachte jan hat noch eine vorkehrungen machen ja ich mach demnächst auch noch vorkehrungen mit redstone und so und zeug ne ich mach jetzt hier im netter nicht ne brücke aus stein die a dazu da ist um einen sauberen problemfreien aua arbeitstag um von a nach b zu kommen ohne dass gast sich inseln anficken naja brauchst du nicht machen das ist egal da laufst du rüber ich hab doch schon eine insel im never gemacht egal ich will trotzdem eine gescheite dinge haben ja so eine hülle aber die hülle ist mir zu blöd weil ich eben von a nach b kommen will und fuck hab ich viel ne ok ich mach erstmal den ganzen stein und da muss ich kohle farmen gehen höchstwahrscheinlich ich hab nur noch ein mörchen was ich hab nur noch eine einzige karotte und das soll heißen für mich dass ich nur noch eine karotte hab zum essen und 18 steaks so oh allmächtige öfenwand dir öfen ist das da fahrer ähm stellst du mitten als raumabtrennung einfach eine öfenwand hin ofen eine öfen ofen öfen öfenwand öfenwand ende das ist meine aussprache endlich es heißt 100 pro ofenwand ja es heißt ofenwand aber ich sag öfenwand weil es lustiger klingt den check ich nicht ja das wirst du muss ich dafür einheimischer sein ne du musst dafür nur hirn haben dann mache ich nicht mit so ich muss jetzt kohle sammeln hast du da soll dein turm eigentlich wirklich so groß werden ja weil dann könnte es sogar möglich sein dass ähm ich eine verbindungsbrücke mache zwischen meiner insel und deinem deinem turm hatte ich vor ach so dass das dein turm äh der wird womöglich in der ähm auch in der höhe sein von meiner insel wenn ich bisschen ja der wird vielleicht ähm der wird womöglich höher sein aber da kann man irgendwas mit so nun mach ich mein turm höher brauchst du doch gar nicht sieht sowieso komisch aus der ist viel zu hoch eigentlich finde ich mir doch scheißegal ich will einfach nur einen aussichtsturm haben auf den ich sicher sein kann ok so ich brauche jetzt irgendwie irgendwas als brennmaterial ähm kann ich mir von dir mal gucken ob du kohle hast ja wenn nicht nehm lava mit aus dem never oah du hast alle kisten schon rausgenommen von unten ja ich bin ja auch jetzt oben obwohl das was ich noch nicht gemacht habe ist das ich hab kein bett hier oben das muss ich demnächst noch machen und ich hab oben in meiner burg auch noch keine kohle ja ich war mit der glücksspitzhack gefahren und deswegen aber wenn ich da so an wenn ich da so sehe was bei bei nils neben dem haus da so steht an äh was ich halt abgebaut hab ne das hab ich ja letzte letzte woche innerhalb von äh 45 minuten weggefahren ja das sieht immer noch so heftig aus das hat echt so wirklich so schön so ne schöne wand einfach mal einmal zack weg so was brauchst du achso du willst neverwreck brennen ne ja 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 dann mach das lieber mit äh mit lavaeimern nee dann brech ich ja immer nur in einem ofen das ist das problem von mir ich hab noch 10 ofen äh öfen und ich kann dir Eimer geben nochmal gucken wir mal nach bei bullshit müssten öfen drin sein du 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 das ist das ist du